Hey ho Leute und willkommen heute direkt zu einem Informationsvideo und zwar ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, ähm wollte ich euch sagen, warum sich vielleicht, also wenn ich euch ein paar fragen, warum ist hier keine Beschreibung, warum sind hier Fehler im Titel naja, wollte ich einfach mal kurz gesagt haben und zwar ist das so, dass ich ähm, erstens viele im Titel, die werden von YouTube gemacht, ich weiß nicht warum, zum Beispiel, ähm, jetzt bei den Let's Play Adventure Teilern da, Titel, da löscht YouTube einfach die, also die vordere Klammer von dem, ähm, Ersteller, ich mach ja immer den Ersteller in Klammern und da löscht einfach YouTube die vordere Klammer und den Part, also Part 4, jetzt bin ich am Hochladen und da den Punkt bei P.4, den löscht er ebenfalls, weiß nicht warum, ähm, macht er einfach und dann will ich jedes Mal eine Beschreibung schreiben und den Titel verbessere ich auch, dann ist das Hochlad und dann, also ist ganz unten ist da rechts Änderungen speichern und wenn ich da auf Änderungen speichern drücke, steht da deine Einstellungen, äh, deine Einstellungen konnten nicht gespeichert werden. Doppelpunkt Invalid Request, Komma, Authentication Expired, äh, hab keine Ahnung was das sein soll und was das bedeuten soll und ja, ähm, darum hat es Fehler im Titel und das hat keine Beschreibung und ich weiß nicht wieso und warum und was ich dagegen tun kann, äh, ja, ich muss mal schauen, vielleicht müsste man fragen, ob das auch bei den anderen so ist, ob die auch nicht irgendwie bearbeiten können, aber das wollte ich einfach mal gesagt haben, das war es auch schon bei den Mädels ab mit diesem ganzen Video und ja, wie sonst beim nächsten Mal würde ich sagen und bis dann, adios, Leute!